Also ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ich den Geisterfahrer nicht gesehen habe. Geh auf die Autobahn, häng dich hinter den LKW und warte mal, ob der kommt. Und er kam nicht. Vorstellen kann ich gar nicht gut. Das habe ich letztens festgestellt. Ich heiße Stefan Unser, bin alt und Slammer. Du bist Ü30, korrekt? Ich bin noch weiter Ü. Ich bin ganz viel Ü. Ich versaue jeden Altersdurchschnitt, außer Klaus Urban ist da oder Marlene Stammer-Johans. Dann versaue ich den Schnitt nicht mehr. Mein Name ist Mario Henn. Ich bin nicht Ü30, auch wenn ich so aussehe. Ich bin ansonsten auch Slammer, vielleicht ehemaliger Slammer, man weiß es nicht so genau. Und Deutschlehrer, hauptberuflich. Und Stefan? Ich habe in meinem ersten Leben Kartograf gelernt. Und... Was war mit diesen Google Maps zum Aufklappen? Wir haben tatsächlich damals noch Landkarten mit der Hand hergestellt. Allerdings bin ich sehr schnell in die IT abgerutscht. Das heißt, ich wollte noch einen zweiten Beruf lernen. Und das musste ich nicht, weil der Beruf kam zu mir. Und jetzt arbeite ich seit über 20 Jahren ausschließlich in der IT. Und seit wann bist du beim Thema Slam? Seit dem 14.04.2010. Auch gar nicht so lang. Nein. Das habe ich auch irgendwann mal überrascht festgestellt bei dir, dass du nicht so viel länger Slammerst, als ich dich mache. Nur weil ich alt bin. Herbst 2011. Das nicht, weil du, schon seit ich dich kenne, so extrem erfahren oder Bühnen erfahren wirkst tatsächlich. Da hast du einen Eindruck. Da kommt das mal so rüber. Jeder überspielt seine Unsicherheit mit seinen eigenen Methoden. 2010, seitdem bist du beim Slam und moderierst du auch erst seitdem? Nein, moderieren später. Ich habe im März, am letzten Freitag im März 2010, war ich beim Koji-Slam, habe mir das angeguckt. Ich weiß auch noch, wer da war. Da war Christian Ritter da und Andi Substanz und Maurice Mayer und irgendein Typ aus Köln, der einen Schachtext gemacht hat. Und ich habe mir das angeguckt und dachte, melde dich sofort beim nächsten Slam an, bevor dich der Mut verlässt. Und der nächste Slam war die Feuerwache und dann stand ich da vor ein paar hundert Leuten. Und in meiner Gruppe war Daniel Wagner und vor mir war Lars Ruppel und hinterher war noch Sebastian 23 bei. Ich habe mich natürlich hart gewundert, warum ich das nicht gewonnen habe. Kannst du dich noch an den Text erinnern? Den ich gemacht habe? Ja, natürlich. Der heißt? Der Mann. Ich habe drei kurze Texte vorgetragen, die habe ich nie wieder irgendwo anders vorgetragen. Der Mann. Also der richtig männliche Mann. Der schon nach Mann riecht. Ein bisschen archaisch. Und schon ist er weg. Also der Mann. Nee, den kriege ich nicht mehr zusammen. Nö. Schade. Kennst du deinen ersten Text noch, Mario? Also wir kriegen jetzt auch nicht mehr zusammen, aber so ein bisschen. Da warst du, müsstest du auch dabei gewesen sein. Das war ja auch in der Feuerwache, halt im Herbst 2011. Der Text hieß konsequent, inkonsequent. Es ging halt so darum, dass ich mich selbst so ein bisschen dargestellt habe, als dass ich halt inkonsequent bin, das aber halt auf sehr konsequente Weise. Und dann halt so Beispiele genannt habe. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Das war mein erster Auftritt. Da warst du, glaube ich, in der ersten Gruppe, bist ins Finale gekommen. Ich war in der zweiten Gruppe mit Andi Strauß, bin gegen den auch entsprechend rausgeflogen. Und Aida war dabei. Aida war dabei, genau. Und Pierre Jaravan hat sein erstes Buch vorgestellt, war als Feature da. Und hat mich direkt nach dem Auftritt gelobt. Da bin ich bis heute noch ein bisschen stolz drauf. Ich weiß auch noch zum Beispiel, ich habe die irgendwann dann auch nochmal wiedergefunden. Meine erste Mail, um mich bei einem Slam anzufinden, war halt auch an den Frank Habrik. Ich habe wirklich vom Limit sehr geehrter Herr Habrik. Nachdem wir vor kurzem mal gesprochen haben, weil ich ihn kurz vorher mal angesprochen hatte, würde ich gerne mal jetzt mich anmelden wollen. Ist das möglich? Ich habe auch mal zwei Texte im Anhang hinzugefügt, damit sie sich ein Bild machen können und zurück haben. Ja, geht klar. Du kriegst den ersten Umschlag des heutigen Abends. Darfst du auch gerne sofort laut vorlesen, was da drin steht. Sekunde. Im Folgenden findest du fünf Fakten über Stefan. Ob sie denn alle der Wahrheit entsprechen, das musst du entscheiden. Liegst du falsch? Doppeltoast. Hast du eine Ahnung, was Doppeltoast sein könnte? Das hat was vermutlich mit Toastbrot zu tun, aber auf welche Weise denn genau? Es ist unfassbar schwierig, also bei anderen Interviews stelle ich auch mal gerne ein Schnapsglas hin. Ihr seid jetzt ja nicht so die Schnapstrinker zumindest in der Autofahrt. Es ist unfassbar schwierig, einen trockenen Toast zu essen. Ohne was drauf, ungetoastet. Das habe ich schon gehört, ja. Das heißt, für jede Antwort, die du falsch, also ob du falsch liegst, also wenn du falsch liegst, musst du zwei Toastbrote essen. Zwei. Deswegen Doppeltoast. Wow. Ich versuche gerade abzunehmen, Junge. Super Idee. Dann musst du halt einfach fünfmal den Stefan richtig einschätzen. Ich hoffe, ja. Also, die erste Aussage ist, Stefan hat bereits vier Slams unter dem Vorwand krank abgesagt, obwohl er eigentlich nur keine Lust hatte. Ich meine tatsächlich, dass du mal zu mir gesagt hast, dass du noch nie einen Slam abgesagt hast. Deswegen würde ich behaupten, diese Aussage ist falsch. Da bist du jetzt gerade um dein erstes Toastbrot gekommen. Ich habe in der Tat eine krass gute Absage-Statistik. Ich meine, das ist auch ziemlich gut. Ich glaube noch nicht, ich habe schon mal ein, zwei Slams oder so, aber nur nicht viele. Meine ist besser. Das kann gut sein, ja. Also ich weiß es deswegen, ich meine das zu mal sowas und deswegen hätte mich das jetzt sehr überrascht. Zweitens. Stefan war in seinem Abiturjahrgang zweitschlechtester. Sehr gut, muss ich die in der Reihenfolge absolvieren? Weil ich... Willst du noch Informationen sammeln? Nee, auf jeden Fall in der Reihenfolge zumindest ist es dann bei Stefans Umschlag sehr wichtig. Okay. Ich sage mal, das ist richtig. Tja, ich sehe nur Brot. Echt? Ich habe kein Abitur. Achso. Ja, blöd. Du musst jetzt Brot sofort essen. Du kannst entweder jetzt essen oder du sammelst und isst dann nachher entspannt zusammen. Ist mir egal. Ich hasse dich so. Also euch beide gerade. Du, dich, weil du kein Abi hast und dich wegen der Idee. Ich mache erst mal weiter. Ich esse dann irgendwann ganz viel Toast. Stefan hat noch nie an einer Zigarre oder Pfeife gezogen. Ich habe vorhin Zigarette gelesen, wollte ich schon sagen, so ein Schwachsinn. Der hat das ganz geschickt umgesetzt, der Dominik. Ja, das ist schwierig. Weil das ist... Das ist so dieses... Will man jetzt auf eine falsche Fährte gelockt werden, weil einerseits... Will er sein altes Weißbrot loskriegen? Nee, also du bist ja Raucher. Von daher könnte man sagen, es ist ja naheliegend, dass du bestimmt in deinem Leben auch mal an einer Zigarette oder Pfeife gezogen hast. Das wäre, könnte man jetzt sagen, ja klar, falsch die Aussage. Jetzt ist die so offensichtlich falsch, dass man meinen könnte, nein, dann muss sie ja wohl stimmen. Weil sonst wäre es ja billig. Und da ich gerade Panik habe, nicht zwei Scheiben Toastbrot essen, sondern vier, weiß nicht, was ich tun soll. Wenn du Panik hast... Könnte einfach gehen. Hab Panik. Ja. Ich sage aber mal, Stefan hat noch nie an einer Zigarre oder Pfeife gezogen. Diese Aussage ist korrekt. Diese Aussage ist sehr falsch. Scheiße. Weil ich habe mindestens zwei Jahre Pfeife geraucht, aber das ist schon sehr lange her. Okay. Ja, blöd. Wir bestellen gleich noch mehr Toastbrot. Ich verstehe, wie viel sind es denn? Ich darf mir noch eine falsche erlauben, sonst muss jemand noch mehr holen. Das ist gar nicht gut. Aussage 4. Stefan hat bereits über zehn Fallschirmsprunge absolviert. Ich sollte dich angucken, während ich die Aussagen vorlese, um eine Reaktion aus deinem Gesicht erkennen zu können. Einerseits würde ich jetzt sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Andererseits... Jetzt frage ich mich zum Beispiel, ob du bei der Bundeswehr warst. Könnte ja da irgendeinen Zusammenhang geben. Und da macht man sowas ja, wenn man im richtigen Bereich eingesetzt wird. Oh Mann, das ist mies. Ich sage mal, du hast noch keine zehn Fallschirmsprunge absolviert. Ganz schwierig. Also dafür, dass man den Fallschirmsprunger war, bekam man 150 D-mal im Monat extra. Und schon das allein wäre Grund genug gewesen, das Ding zu probieren. Ich habe die Absprünge. Okay. Tatsächlich bei der Bundeswehr oder in einem anderen? Bei der Bundeswehr, ja. Wißt du, da hat man den richtigen Riecher und versaut es dann trotzdem. Also ich rieche gerade ganz viel Toast. Ja, es riecht ja nach nichts. Letzte die Fliesen seiner 70 Quadratmeter Wohnung hat Stefans Trau alleine verlegt, während er an seinen Text für die Bar-Wü-Meisterschaften 2016 schrieb. Jetzt versuche ich mich da auch mal ein bisschen zu erinnern, weil wir uns auch irgendwann mal über das Thema Bar-Wü-Slam 2016 unterhalten haben, den du ja gewonnen hast übrigens. Aus Versehen. Ja. Wenn wir ja schon hier so vor der Kamera, kann man das ja mal kurz erwähnen, dass wir hier einen sogar noch amtierenden Bar-Wü-Meister sitzen haben, was nicht ich bin. Nicht mehr lange. Wann ist das denn? Mai oder so? Im Mai. Anfang Mai. Ja, wer weiß. Er hat ein Freund irgendwie darüber gesprochen, dass deine Frau viel mit Dekoration und so in der Wohnung, oder dass sie dafür weitgehend alleine verantwortlich ist. Jetzt hat sie die Fliesen verlegt. Du müsstest ja erstmal Kunden geben haben, in letzter Zeit Fliesen zu verlegen. Das heißt, du müsstest umgezogen sein oder ihr müsstet renoviert haben. Davon weiß ich jetzt nichts. Da wir uns aber in der Zeit auch nicht so oft gesehen haben, muss ich das auch nicht wissen. Ich habe bisher eine Frage richtig beantwortet von fünf, ne? Ja. Heißt, übersetzt, ich muss jetzt schon alles, was da in dieser Schüssel drin ist, essen. Das hast du ganz richtig erkannt, Mario. So viel zum Thema Diät. Ja. Ich esse heute Abend dann nichts mehr. Ich wollte ursprünglich heute Abend mit Freunden noch Burger essen gehen, das fällt jetzt aus. Ja gut, dann halt nur das Fleisch. Das Brot hast du ja schon. Genau. Ich bin gerade auf so einer Meta-Ebene, wo ich jetzt auch versuche, dich, Dominik, zu durchschauen. Ich vermute, du hast... Da dir das jetzt dreimal nicht gelungen ist, versuch es gar nicht. Ja. Also es wird dir irgendwas vorgefallen sein in diesem Kontext. Sonst würde diese Aussage, hast du dir nämlich nicht einfach ausgedacht, glaube ich. Ich sage jetzt einfach mal, die Aussage ist richtig. Die ist falsch. Anna, würdest du nochmal... Ich habe, das ist schon ein paar Jahre her, als wir umgezogen sind, es waren über 80 Quadratmeter mit dem Bad und mit der Küche und ich habe die Fliesen tatsächlich alle selbst verlegt. Ich habe mich aber hinterher auch zwei Tage ins Krankenhaus gelegt. Um diese Lücke zu füllen, bekommt auch Stefan jetzt gleich mal seinen Umschlag. Okay. In folgendem findest du fünf Fakten über Mario. Ob sie denn alle der Wahrheit entsprechen, das musst du entscheiden. Liegst du falsch, doppeltost. Mario hat mehrfach Mario Bart live gesehen. Das ist definitiv falsch. Da liegst du leider falsch. Mehrfach. Also einmal hätte ich gesagt, okay. Haben wir noch so viel Toast? Kannst ja nochmal einkaufen gehen. Mario hat noch nie alleine gebacken. Da würde ich jetzt auch sagen, dass das falsch ist. Ich würde sagen, dass du auch alleine gebacken hast, weil du das kannst. Da hast du auch recht. Leider. Kartoffelbrot backe ich sehr gerne. Mario hat als Kind einen Keller in Brand gesteckt. Ich würde jetzt spontan zu einem Ja tendieren. Ich sag ja. Auch da hast du recht. Ich finde das übrigens schön, wenn man als Kind einen Keller in Brand steckt. Solange das Haus nicht abfackelt. Nee, das hat es wohl überlebt. Dann ist gut. Mario fuhr in seiner Jugend zwei Jahre Auto ohne Führerschein. Das ist jetzt sehr unpräzise. Also ich bin auch Auto ohne Führerschein gefahren, aber auf Feldwegen. Nein, also ich meine damit ganz normal gefahren auf der Straße, so wie heute auch, nur hat er ihn einfach nicht gehabt. Üffung Nummer zwei. Das würde ich sagen, das ist falsch. Aber man weiß es ja nicht. Es ist falsch. Ja, es ist falsch. Selbst wenn ich würde, würde ich das nicht öffentlich zugeben. Das kann man bestimmt nämlich nachträglich noch irgendwie sanktionieren. Mario war Kelly-Family-Fan und hat alle Alpen. Hatte alle Alpen. Das würde ich jetzt spontan mit Ja beantworten. Ich habe noch eine Sekunde Zeit. Mit Mario Bart bin ich auch schon mal falsch gelegen. Kelly-Family finde ich übrigens gar nicht verkehrt. Also ich sage jetzt einfach Ja. Ich finde die Kelly-Family auch nicht verkehrt, aber ich hatte nicht alle Alpen. Gut. Also alle Alpen war das einzige, wo ich... Ich würde mich jetzt auch nicht explizit als Fan der Kelly-Family bezeichnen, finde die aber auch nicht scheiße. Also ich kann ja viel aushalten. Ich halte auch Blasmusik und Heavy Metal aus. Deshalb ist Kelly-Family jetzt noch im oberen Drittel wahrscheinlich. Gut, dann habe ich vier Toastbrote. Die liegen bei mir schon da. Perfekt. Im Schnitt sterben maximal 200 Menschen im Jahr bei Anschlägen in Deutschland. Über ersteres darf und wird nicht berichtet. Über zweiteres im Überdruss. Warum? Warum? Ist das Tatsache, dass man über Suizid nicht berichten darf? Ich glaube schon, weil also tatsächlich ist es ja so, dass sich doch relativ häufig Menschen vor Züge zum Beispiel werfen. Also wenn dem so ist, ich hatte den Eindruck schon, ich habe mich damit aber, ich habe mich schon sehr viel mit dem Tod beschäftigt, aber nicht worüber die Presse primär berichtet. Also ich würde sagen, der einzige Grund ist, diese Nachahmung oder die Idee von Selbstmord einfach nicht zu verbreiten, dass das nicht Normalität wird. Und der zweite Grund, weshalb darüber nicht berichtet wird, dass einfach Selbstmord ist etwas sehr Einsames und zum Teil auch Unspektakuläres. Und ein Anschlag ist etwas, was eine Überschrift macht und was man verkaufen kann. Ja, aber zum Punkt zwei verstehe ich. Punkt eins verstehe ich nicht, weil das Nachahmen eines Anschlages, glaube ich, ist doch eher zu unterbinden, als das Nachahmen eines Suizid ist. Beides ist nicht besonders toll, aber sollte ich eine Reihenfolge festlegen, würde ich doch eher sagen, dann bring dich lieber um, bevor du noch 100 andere mitnimmst. Nee, aber dieses über einen Suizid berichten, das hat ja noch mehrere Schichten. Eine davon ist auch die Privatsphäre. Ich meine, dabei geht es jetzt um Menschen, also im Umfeld dessen, der sich da umgebracht hat, die direkt betroffen sind. Da ist eine Hemmschwelle, von der ich sagen würde, da muss man jetzt nicht unbedingt drüber berichten. Bringt sich ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige um, muss man da jetzt in der Presse eine große Überschrift machen. Ist das für irgendjemand hilfreich? Ist die Information etwas, was man jetzt lesen muss? Ich verstehe das schon, dass man darüber nicht berichtet. Ich wusste nur nicht, dass das üblich ist. Was ist gesund? Oh, da habe ich eine ganz klare Antwort zu. Ach, sehr gut. Also gesund ist niemals das Essen, sondern gesund ist immer die Idee, dass das Essen gesund ist. Oder andersrum gesagt, das Gesündeste, das ich kenne, das ist die Freude am Leben. Also ich kenne es ja nicht anders. Ich kann mich nicht erinnern, jemals schlechte Laune gehabt zu haben. Und ich stehe jeden Morgen auf und freue mich auf den Tag. Und zwar auch in der Zeit, als ich in Mathe eine 5 hatte. Oder nee, in Mathe nicht, in Englisch hatte ich die 5. Auch da bin ich morgens aufgestanden und habe mich auf den Tag gefreut. Und ich kenne es halt nicht anders. Und das ist das Gesündeste, Freude am Leben. Aber was machst du, wenn der Tag dir dann irgendwelche Steine in den Weg wirft? Zum Beispiel 8 Scheiben Toastbrot. Also 8 Scheiben Toastbrot, damit käme ich glaube ich auch noch klar. Obwohl ich jetzt nur 4 habe. 4 ist ja auch locker. Guck mal, ich bin jetzt bei Scheibe 5. Ich wäre froh, ich hätte noch 4 gehabt. Dann könnte ich jetzt schon heimgehen. Ich leide erstmal still, bevor ich das Problem löse. Ich rege mich auch selten über irgendwas auf, was als Problem im Leben steht. Ich rege mich immer nur dann über etwas auf, wenn ich jemandem sage, er möge bitte aufhören, mich zu ärgern und er tut es nochmal. Dann rege ich mich auf. Aber die Dinge, die im Leben passieren, die passieren halt. Na gut, ich probiere es mal. Okay, krasser Scheiß. Also ich kann das auch. Heidewitzka. Vor allem, das hört auch nicht auf. Das ist ja nicht so, dass du es trinkst und dann ist, oh Gott. Das brennt. Das brennt. Ist aber kein Alkohol drin. Das ist ja in Ordnung. Das ist ja besser als irgendwie so ein anderer Kräuterschnaps dahin, als Trinkspieler. Ja. Das ist besser. Oh Gott. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste statt 8 Scheiben Toast 4, keine Chance. Es gibt etwas, was mich im Moment, ich will jetzt nicht sagen, es stört mich, aber ich bin manchmal wortlos. Es gibt immer mehr junge, aber auch ältere Künstler, die einen Auftritt haben. Und nach diesem einen Auftritt geht direkt auf Facebook, die Künstlerseite online. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich schmeiße mich weg. Also ich finde es schon okay, wenn jemand eine Künstlerseite hat. Ich finde das prinzipiell nicht falsch. Und ich habe, nachdem ich den Bavislam gewonnen habe, einen Tag später meine Künstlerseite weggemacht. Also ich habe die ohnehin nur gemacht, weil ich nicht unter meinem Echtnamen auf Facebook sein wollte. Und ich habe die so schnell wie möglich weggemacht. Und ich habe das aber, damals war der Trend schon da, dass wirklich Leute nach dem, ist jetzt übertrieben, aber ich habe tatsächlich schon einen nach einem Auftritt mit Künstlerseite gesehen. Und es gibt halt Leute, die treten fünfmal auf und dann ist die Künstlerseite online. Was so eine grundsätzliche Freude an der Szene ist, ist, dass immer mehr davon leben können und dass sich da was festigt. Ich finde das total gut. Ich habe am 13. Januar machen wir eine kleine Slam-Show in Karlsruhe. Und ich denke vorher schon darüber nach, was ich wie anmoderiere. Und wir werden zu dritt sein und alle drei haben zum Beispiel ein Kind zu Hause. Und zwei davon leben davon. Das ist einfach für die Slam-Szene, glaube ich, vor zehn Jahren eher untypisch, dass von drei Leuten, die auf der Bühne stehen, alle drei ein Kind haben und zwei komplett davon leben. Und zwar ist es jetzt nicht irgendwie, dass ich das danach ausgesucht hätte, sondern es ist mir einfach erst aufgefallen, was sage ich zu den Künstlern. An dem Abend. Und das ist schön, dass das diese Richtung geht. Also ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ich den Geisterfahrer nicht gesehen habe. Ich habe noch überlegt, ob ich jetzt wirklich Richtung Heidelberg fahren soll. Und dachte, ich fahre da. Du hast ja auch noch nie einen Geisterfahrer gesehen. War da ein Geisterfahrer? Ja, war angekündigt, kurz bevor ich auf die Autobahn bin. Und ich dachte, geh auf die Autobahn, häng dich hinter den LKW hin, warte mal, ob der kommt. Und der kam nicht. Ich finde das Wort Projekte so alternativlos, dass ich es nicht mehr hören und nicht mehr sagen will. Zudem hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie ein Projekt. Alles, was ich bisher umgesetzt habe oder was passiert ist, habe ich passieren lassen. Völlig projektlos. Und ich versuche seit drei Jahren die Zeit zu finden, dass es mal ein Buch von mir gibt. Und vor acht Jahren bin ich zum Slam gekommen oder habe meine Texte ins Internet gestellt, weil ich ein Manuskript verschickt habe an 20 Verlage, natürlich nur die besten Verlage ever. Und die haben alle schön abgesagt. Und ich dachte, wenn die so blöd sind, stelle ich die Texte ins Internet. Und vor fünf Jahren oder vor vier Jahren hat mich ein Verlag angeschrieben und gefragt oder mir angeboten, sie würden ein Buch von mir verlegen, ich müsste nur wollen. Und seither versuche ich das mal zu machen. Jetzt schaue ich mal, ob ich das dieses Jahr schaffe. Und Stefan Unser findet man tatsächlich jetzt auch im Internet. Das hat ja am Anfang nicht funktioniert. Wegen dem Possessivpronomen. Weil da kam immer Stefan Unser-Kleiner, Stefan Unser-Kassenwart, Stefan Unser-Kampftrinker und Stefan Unser-Feuerwehrmann. Und es kam einfach nicht ich. Und mittlerweile funktioniert das, weil Google ja was lernt. Aber es war sehr lustig. Stefan Unser-Kampftrinker war mit Abstand das blödeste Video ever. Das Leben kann so schön sein, muss aber nicht. Und wir finden das, was relentless. Alles ist gebracht. Oder ist der Video? Also, planej�ig war mit Abstand das. Die Frageектор-별-Cheersen betrinken. Und zwar Oh! Die Frage abした, eine? Stechdiskussched. ない Beyратive 力ãos betrinken der dawns後 das gelade wird. ein Veränderungsaktes Dance und in Dism пару mal gemachtes. Aber wie genau geht es nicht mehr.